Ich häng fest! Ich häng fest! Hallo und herzlich willkommen! Ich bin Mekamagall, willkommen zu meinem Gameplay auf diesem Kanal. Und jetzt gibt es hier eine gute Runde Battlefield 1 mit dem Saftgell, der noch so lange blieb, bis der Strom ausgefallen ist, bei ihm, und den guten Heidtower. Ich wünsche euch viel Spaß. Von meiner Seite ist mal wieder reingekloppt, schau und töddelö, genießt das Video. Und ja, let's fucking go! Und ab dafür! Nhäääs Ich bin ein Einzeltimer abgehauen. Ich häng ye fest! Näääää äää nee Was ist denn mit dir jetzt schon wieder? Bitte warten. Was ist denn bitte warten? ich wollte ich wollte betriebsspiel nicht machen ich spricht russisch wo von der russin gegrüßt wo muss ich rein in welchem auto und bei mir kann es nicht rein ist ein einsätze mein fahrzeug ja was fahr ich wohl denkst du jetzt also fährst du so ein flugabwehr scheiß artillerie fahrzeug ja es ist eigentlich richtig geil ist du kriegst nur du für ich ja weg zur seite steig guck 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 mal ne die Third blind Ridoc HIM hatte ein schweinel scheiße ich dann schon wieder aber ein überfahren hier sind die beziele ein wort auf die granate von hinten geschickt wie ich muss schnell wegfahren zum reparieren ich muss reparieren haha doggy style habe ich getötet macht gut gestartet drei du bist schon fast angegriffen alter ich gut aufgespießt ich wurde aufgespieß mit dem spieß an sich für die schlöcher weil ich kann auch tot ich komme mit meiner pickelhaube wer hier einer alpha erobert von uns ich hatte nicht ich hatte dich zurück dieses spiel ich liebe dieses spiel aus dem fiel nachdenken wenn es einfach los fixe du bist diesmal werden wir kein ich häng fest ich häng fest jetzt kriegt doch keiner die den scheiß reiter fitten das ist doch nicht normal das war mein kill wer hat den kill geklaut kann wieder kein stück gewesen sein ja ich wird klack getrampelt vom pferd schieß doch mal nach ich stehe hier schön und küsse alle ich wurde befördert meine taschenlampe brennt 57 glaube ich ja ich bin tot jetzt haben sie mich gefestet mit meinen artillerie mit dynamit das ist seine modell ohne modell na du panzer panzer brein ja die sind irgendwo ist hier eine bau 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 boah alte diese spiel fache ich so ab alte warum denn ja ich geh raus steht die panzer auf einmal merke der stadt freundlich ich sehe den panzer da ist er weiterhin habe ich jetzt gibt es kommen hier ja schon wieder von panzer kann die meine kaputt machen ich versuche sie habe das keine granaten und dynamiten ich komme nicht ich bin tot gas kann auch granate mini granate wenn man will man ehrlich ist Das ist jetzt manchmal besser. Boah, wer hat den denn weggeballert? Ha, geile Granate, ne? Ich hab nur noch zwei AP, brauch Sanitäter. Ja, ich bin gestorben, brauch Sanitäter. Oben auf dem Dach sitzt da eine, Alter, bei F. Scheiße, bei F, warum, F, A war ich doch scheiße. Ah, ja. Dieser blöde Weitereck. Hä? Ernsthaft, Thomas, bist du grad gestorben? Ja. Ich hab den letzten, hab ich getötet. Ich hab zwei. Man holt gar nicht aufhören. Da kommt ein Gaul, Richtung A. Ja, ist klar, Junge. Der hatte ich schon wieder, der macht doch mal diesen Scheißreiter kaputt. Vielleicht reitet der nochmal hier lang. Nee, der ist bei F gerade. Ja, ich hab ihn gekriegt. Mit Dynamit. Boah, scheiße. Lea Drummer hat mich schon wieder gebumst. Ich hab's doch. Das war die Rache. Aber hat nichts gebracht. Scheiß leer. Oh, A wird zurückerobern, Jungs. Die sind ja nicht am Haus. Hab einen. Oh, nee. Hier ist noch einer drin. Ich hab auch einen. Andy, heb mich hoch. Schnell. Piep mir einen Spritz in den Arsch. Aua, aua, aua. Oh, hier war noch einer. Ach, du bist tot. Du bist tot. Moin. Ich hab dich doch. Ich hab dich doch geheilt. Fotze. Ich bin noch gar nicht tot gewesen. Ich bin hier noch am Stäben gewesen. So, ich fahr. Warte, warte. Ey, da hängt nicht vor dir einer drauf. Ja, man steckt als Beifahrer ein, schnell. Äh. Eingestiegen, Junge. Let's fucking go. Wir fahren zu zäh, Junge. Da ist einer. Da oben. Was machst du denn? Ja, ich hing fest. Ich hing fest. Oh, ich hab einen kill, Junge. Ich hab einen gekillt. Ja, ich steig aus. Das ist mir zu blöd hier. Boah. Der war direkt neben mir. Das war so geil. Ab, du. Bam. Getotet. Getotet? Getotet. Ah, Thomas wird gleich wieder im Arsch gefestet. So. Ja, ich wollte bei dir raus und dann schon wieder, äh, Thomas wird angeguckt. Ja, 3 HP Jungs. Aber, aua. Bei Asen welche? Bei Asen welche? Scheiße. Sanit... Sanitüte. Boah, ich wollte aufgehen spielen. Der wurde gerade ohne wahr. Das gibt's nicht. Oh, ey. Boah, Brian, hinter die, hinter die. Ah. Äh, äh, ja. Ja, ich bin tot. Ja, ich hab ihn. Ja. Ich komme mit ne Spritze, Junge. Ja, los, mach doch. Ja, hab ich auch gesehen. Ja, es redet. Ja, es redet keiner mehr. Ja, ich hab drei Leute getötet, in denen ich einfach ein Dings kaputt geschossen hab. Ey, schön Gas mit, mit Brandkramaten. Richtig geil, mit Phosphor, Alter. Andy, holst mich hoch? Nee, du bist tot. Steifert ernsthaft die Playstation ausgemacht. Oh, jetzt gibt's ja wie her Stress. Wir sind wie immer wieder witzig. Ich hab Fortnite, das alle zwei Tage, wenn ein Update fresh ist. ging nachher nicht mehr server probleme niederlage monte graber oder festung von ersten beide scheiß maps ganz ehrlich lieber monte graber nicht schlecht terminator junge der hat mir erobert leuch steht er nicht noch drin ne den haben sie ausgenommen zählt wohl nicht mehr für ihn der ist hier mehr gestorben